Optimale Produkte und optimale Lösungen für die Industrie können Sie eigentlich nur dann schaffen, wenn Sie die Probleme der Kunden kennen. Und dann feststellen, wie Sie das Problem des Kunden am besten mit Sensorik oder Steuerungstechnik oder Messtechnik lösen können. Wer uns kennenlernen will, der muss die Menschen kennenlernen, die aus IFM das machen, was es ist. Sie alle verbindet ein einziger Satz. Den ganzen Erfolg verdanken wir einfach allen Menschen, die hier arbeiten. Es machen nicht die Maschinen die Arbeit, sondern die eigentliche Arbeit machen ja die Menschen. Ich würde sagen, es ist eine sehr spezielle Firma, die wirklich eine Familie-Feeling zu haben. Es ist der erste Ort, in dem ich bin, wo die Leute wirklich stolz sind, was sie tun. Spaß, Freude an der Arbeit, das kann nicht nur durch die Technik passieren, sondern eben insbesondere auch mit dem Miteinander, durch das Arbeiten im Team. Wir haben eine große Arbeitsplätze, Business ist Business, aber diese sind gute Leute. Es ist alles um die Menschen. Jeder kann eine Firma sein, aber nicht jeder kann ein IFM sein. Die DNA, der Ingenieurgemeinschaft für Messtechnik, bestand von Anfang an aus zwei deutschen Strängen. Zwei ganz unterschiedliche Regionen mit Menschen, die doch so viel verbindet. Wir sind, wenn man so will, ein doppeltes Familienunternehmen in zweiter Generation. Dass es doch hier dieses tüftlerische Schwäbische gibt und oben im Ruhrgebiet, das ist ja ideal, die ganzen Außenkontakte, die man dort pflegen kann. Wir wollen, dass die Leute die Themen aufnehmen und lösen. Für ihre Kollegen, aber auch für unsere Kunden natürlich. Unsere Produkte? Präzise. Innovativ. Später oft kaum sichtbar. Unsere Kunden? Partner, die IFM für ihre eigenen Erfolgsgeschichten nutzen. Wir haben dann gemeinsam einfach unsere Vorstellungen erläutert und viele der Punkte, die mir wichtig waren an so einem Basic-System, haben sich dann später in dem fertigen Produkt dann auch wiederfinden können. We looked for a partner that could provide that kind of reliability and that could do it globally. Close to you bedeutet nämlich auch, dass man da ist, dass man vor Ort ist und zwar weltweit. Close to you ist nicht nur unser Claim, es ist unsere Erfolgsformel. Eine Erfolgsformel, die sich zusammensetzt aus Respekt. Respekt ist wirklich eine zwei-Way-Strete. Wir respekten die Unternehmen, die wir arbeiten mit und sie respekten die Produkte und die hohe Qualität, die wir haben. Kunden, die wir haben. Kunden. They realize that our business is what makes their business strong. Don't need to be like hiding each other face to face. What you need, what I need. What's your problem? How do I solve? Also bei uns heißt Service mit Herz. Ein Anruf genügt und wir bekommen some Hilfe. Unsere Entwicklungsabteilung telefoniert mit der Entwicklungsabteilung von IFM und damit ist das Problem gelöst. Und wir haben auch ein gemeinsames Ziel, dass wir arbeiten mit den drei Targets, die wir haben. Delivery on time, Kosten und Qualität. Und Vertrauen. Trust ist eines der wichtigsten Elemente für Erfolg im Geschäft und auch im Leben. Die Basis für eine gute Geschäftsbeziehung und sollte immer in einer offenen Kommunikation stattfinden. Wenn ich innovativ entwickle, dann muss ich auch das Vertrauen spüren, das man in mich setzt. Ich habe das Gefühl von Vertrauen, wenn mein Gegenüber ehrlich und kompetent ist. Wenn ich an die Garten mag, wenn ich an die Garten und die Garten mag, und ich werde nicht vielmehr machen. Das zuhören, dem Kunden zuhören und auch in Lösungen integrieren. Dann bin ich ganz ehrlich mit allem, was wir tun haben. Close to you löst in jedem von uns etwas aus. Close to you kommt von close to the customers. IFM ist nicht nur eine Produktion sondern eine große Familie. Ich bin froh, ich bin Teil der IFM Elektronik. Meine Familie ist Close to You, also близко, weil es auch bei der Familie ist, man muss sich überraschern und sich überraschern. Ich kann dir garantieren, dass sie es vor den letzten 10, 15 Jahren lebten. Sie haben gut gewählt. Wenn du für IFM fünf Jahre arbeitest, hast du, was wir nennen, orange Blut. Close to You ist das Ergebnis unserer ganz eigenen Vision, sowohl für den Kunden als auch füreinander da zu sein. Und Close to You ist unsere Mission. So wollen wir sein. Hier und heute. Genauso wie morgen und übermorgen. Deshalb glaube ich, ist Close to You immer wichtig. In aller Ewigkeit. Hier und heute. water